Kennst du die Geschichte von den Weihnachtsspinnen? Die wertvollste Weihnachtstradition für dein Glück? Heute ist der 24. Dezember, also Heiligabend. Das ist natürlich der Tag, an dem die Weihnachtszeit in all ihren Traditionen ihren Höhepunkt erreicht. Und du bist vielleicht gerade schon dabei, deinen Weihnachtsbaum zu schmücken. Was machst du genau? Lass uns heute darüber sprechen, warum es eine wirklich super Idee ist, aus einer wertvollen Tradition ein Ritual zu machen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer. Ich bin Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Mir liegt aber nicht nur deine finanzielle Freiheit am Herzen. Gerade an so einem besonderen Tag wie heute ist es mir wichtig, den Fokus darauf zu legen, dass wir nicht nur reich, sondern vor allem auch erfüllt und glücklich sind. Dazu fällt mir folgende Geschichte ein. Es ist ein altes Volksmärchen. Denn glaub es oder glaub es nicht, es gibt tatsächlich Weihnachtsspinnen. Und die Legende der Weihnachtsspinnen ist ein Märchen, das sich vor allem in Osteuropa erzählt wird und aus dem sich eine schaurig schöne Tradition entwickelt hat. Und dieser Legende nach gibt es eine sehr fleißige Witwe, die in ihrem kleinen Häuschen mit ihren Kindern lebte. Die Witwe war sehr arm und stets gütig und hilfsbereit gegenüber ihren Mitmenschen. Das ganze Jahr hatte sie und die Kinder sich um einen Baum gekümmert, der in diesem Häuschen in einem Kübel zu wachsen begann. Sie hatten die Hoffnung, dass dieser Baum einst zu einem schönen großen Weihnachtsbaum gedeihen würde. Und obwohl sie selbst nicht viel hatten, kümmerten sie sich stets darum, dass der Baum immer gut versorgt war mit dem, was er so brauchte. Und es funktionierte. Der Baum wuchs auf eine stattliche Größe. Aber die Witwe und die Kinder waren trotzdem traurig, denn sie konnten sich am Weihnachtstag keinen Baumschmuck leisten. Und einen Abend vor Weihnachten hatten sie ihren Baum immer noch nicht geschmückt. Sie hatten einfach nicht das Geld, um sich diesen Schmuck leisten zu können. Und dann gingen sie schlafen und sie waren traurig. Traurig darüber, wie kahl und stumpf der Weihnachtsbaum in ihrer kleinen Stube aussah. Und als sie am nächsten Morgen aufwachten, da konnten sie ihren Augen kaum trauen. Ihr trister, schmuckloser Baum glänzte plötzlich. Er funkelte an jedem seiner Nadeln. Und in der Morgensonne sah er einfach wunderbar prächtig aus. Was war passiert? Jeder Zweig war mit feinen Spinnweben überzogen, die silbern um die Wette schienen. Durch das reflektierende Licht sah es dann im Morgentau so aus wie Kristalle und Glasperlen. Die Spinnen hatten aus dem Baum einen wahren, prächtigen Weihnachtsbaum gemacht, der herrlich funkelte. Die Frau und ihre Kinder waren überglücklich und sie erzählten jedem in dem Dorf von diesem Wunder. Und die Leute kamen zu ihm, um den von Spinnen gewebten Weihnachtsschmuck mit eigenen Augen zu sehen. Und jeder brachte Speisen mit und Getränke. Und so kam es, dass sich das ganze Dorf bei der armen Familie versammelte und sie gemeinsam ein herrliches, großes Weihnachtsfest feierten. Voller Glückseligkeit. Deswegen werden übrigens heute noch Weihnachtsbäume in Osteuropa mit Spinnweben dekoriert. Aber es sind natürlich nur Ornamente, die wie Spinnweben aussehen und die Glück bringen sollen. Was in der Legende wie durch ein Wunder passierte, muss heute kein Wunder sein. Denn dahinter steckt etwas, das eigentlich keine hohe Kunst ist. Was aber vielen immer noch schwerfällt. Im Alltag und besonders an wichtigen Feiertagen wie heute. Es ist die Kunst der Dankbarkeit. Und die Fähigkeit, auch in vermeintlich kleinen Dingen oder unschönen Dingen das Große und das Herrliche zu sehen. Denn es ist so, Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Weißt du, wenn du einen Menschen siehst, der viel traurig ist, ist es ganz oft ein Mensch, der Gnade nicht versteht. Der die Gnade der schönen kleinen Dinge nicht versteht. Und sag mir einen glücklichen, einen erfüllten Menschen, und dann ist es ein Mensch, der Gnade in sein Leben lässt. Das heißt, der das Auge hat für kleine Dinge, für kleine Segnungen, für kleine Schönheiten. Muss es, frage ich dich, diesen Weihnachten wirklich der größte Baum sein, mit den größten Kristallkugeln, den schönsten und die prächtigsten Geschenke darunter? Ist es das, was uns an diesem Tag wirklich glücklich macht? Lass uns darüber nachdenken. Ein guter Freund von mir hat ebenfalls eine sehr schöne und, wie ich finde, wertvolle Weihnachtsbaum-Tradition. Er lebt in Amerika, in New York, und dort stellt man den Baum übrigens schon sehr viel früher auf, also Anfang Dezember. Und dann kann man sich wieder die gesamte Weihnachtszeit daran erfreuen. In seiner Familie ist die Tradition, jedes Jahr ein neues Ornament in einem besonderen Weihnachtsbaumschmuck zu besorgen. Also ein Stück, das zu dem jeweiligen Jahr passt. Das muss man entweder dann selber bemalen oder selber basteln, selber bedrucken, mit einem aktuellen Familienfoto zum Beispiel. Und so haben sich im Laufe der Jahre viele bunte Erinnerungsstücke angesammelt. Teils aus ganz einfachen Materialien zusammengeklebt, gebastelt. Teils sind die Stücke schon etwas verblichen, dann wieder zusammengeklebt, ob auch mal was kaputt gegangen ist. Es sind also nicht besonders funkelnde und glitzernde Teile. Stattdessen sind es alles so schöne Erinnerungsstücke, für die diese Menschen sehr dankbar sind und die sie glücklich machen. Und wenn die Familie den Baum zusammenschmückt, erzählen sie sich wahrscheinlich immer wieder die gleichen Geschichten zu den jeweiligen Stücken. Mein Freund sagt mir, es sei ihm der liebste Tag in der ganzen Weihnachtszeit, weil es ihn jedes Jahr wieder dankbar macht. Dankbar für all die wunderschönen Jahre, für all die wunderschönen Erinnerungen und dankbar für all das, was er aktuell in seinem Leben hat. Ich finde, es ist eine so wertvolle Tradition, denn Dankbarkeit ist ein Zauberwort. Dankbarkeit verwandelt dein ganzes Leben in ein Geschenk. Deswegen nutze jeden Tag, aber besonders heute diesen Feiertag und sei ganz einfach dankbar. Dankbar für alles in deinem Leben. Dankbar, dass du morgens aufstehst, dass du ein Dach über deinem Kopf hast, dass du genug zu essen hast. Dankbar für all die Dinge, die wir so oft für selbstverständlich annehmen, bis wir sie nicht mehr haben. Für die Gesundheit, dass wir sehen können, dass wir schmecken können, dass wir riechen können, dass wir hören können. Wir sollten eine tiefe Dankbarkeit für eine Mahlzeit haben. Wir sollten tiefe Dankbarkeit für geliebte Menschen empfinden. Vielleicht sagt da mal jemand, aber das ist doch alles selbstverständlich. Falsch. Das sind alles wunderbare Dinge. Und du und ich, wir sollten sehr dankbar sein, dass wir sie jeden Tag erleben dürfen. Denn nicht jeder hat das Glück, das wissen wir. Und oft erkennen wir es gar nicht erst, weil wir in unserem eigenen Film gefangen sind. Wie ein Pferd mit Scheuklappen laufen wir so rum und sehen gar nicht, was links und rechts an Wundern passiert. Und die Folge ist dann schlechte Laune, weil wir die Gnade nicht in unser Leben ziehen, nicht erkennen. Weil du dann das Wunderbare, das dir jeden Tag passiert, gar nicht siehst. Oder wenn du siehst, ihm keine Bedeutung gibst. Lass uns offen dafür sein. Wenn wir uns davor verschließen oder ihm keine große Gewichtung geben, machen wir uns unglücklich. Gerade dieses Jahr, das gefühlt jeden Tag immer mal wieder mit neuen schlechten Nachrichten daherkam. Also in einem Jahr wie diesem ist es besonders wichtig, dass wir dagegenhalten. Für uns persönlich, dass wir diese Gnade sehen, dass wir die schönen Dinge sehen und dass wir sie auch verbreiten. Dankbarkeit ist eine wichtige Kraft in unserem Leben. Sie überstrahlt zum einen natürlich die Ängste und Sorgen. Und zum anderen wirst du aber auch für großen Luxus und großen Erfolg in der Zukunft gar nicht dankbar sein können, wenn du es nicht jetzt bist in deiner aktuellen Situation. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich bin dir dankbar, dass du offen bist für diese Botschaft. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ein frohes, ein ruhiges, ein besinnliches und vor allem ein Weihnachtsfest voller Dankbarkeit. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, damit du mehr solcher Videos bekommst, wenn ich sie mache. Dann bist du automatisch dabei, wenn das nächste online gestellt wird. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst und dankbar bist dafür. Frohe Weihnachten, dein Bodo.